Das war jetzt dumm, halt. Guck. Hier. Zwei Zonderbüchsen. So. So was. Guck. Toll. Ja, klasse. Hier ist nix. Da liegt eine Nachricht. Die lese ich aber gleich erst. Oh, ey. Mir wurde doch ins Hirn geschissen. Was? Das hat gar nichts gemacht. Oh. Das tut mir jetzt so leid. Wir haben ein Messer. Können wir was kaputt schneiden? So. Kill, kill, kill. Nein. Ähm. Ah, Maus. Hi. 2. August 1839. Ich bin der Dörfer. Ich habe nach Marius am Militathorzstack. Es ist ein Schaden im Süden einer ruhigen Rast und der letzte Stopp vor meiner der letzte Destination. Kastel Brennenburg. Ich bin der Dörfer. In der Küche steht ein Fass-Häufer. Ja, ich habe es gesehen. Aber was soll ich damit? Ach, Mäuschen. Niedlich. Ich nehm mal stark an, dass jetzt irgendwas mit der Säure zu tun hat. Vielleicht das Schwein da rein? Ähm. Lol, lol, lol. In der Küche steht einfach Säure. Ja, das weiß ich. Ich muss wahrscheinlich schon wieder so einen Chemietopf finden. Oh. Okay. Jetzt geh ich einfach systematisch vor. Küche. Jetzt. Von hier kommen wir. Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Also müssen wir jetzt da lang. Hier liegt ein Teppich. Können wir eigentlich, wenn ein Zombie kommt und so gegenwerfen, tut ihm das eigentlich weh? Das würde mich ja mal interessieren. Ne, Kakerlacke. Du. Ach, Mann, ey. Scheiße. Ach, warum hab ich Licht an? Hier ist doch über ein Licht. Was, jetzt gibt's ja eigentlich nur einen Weg. Ah, schlau. Ich geh's erstmal hier lang. Okay. Okay. Ich geh' gleich im Drift. Ich geh' erstmal da rechts rein. Ich geh' erstmal hier. Hey, anybody, help! Christ. Ich kann nicht glauben, das. Warum? Ich meine, warum? Ich meine, warum? Ich bin nicht so, dass ich das verdiene. Ich meine, es kann nicht so. Ich bin nicht so, dass ich das verdiene. Ah, die sind so, dass ich das verdiene. Der Typ ist sein, ist in ein... ...brennendes Haus gegangen? Zunderbüchse. Das Netzanlin hat uns nicht angemacht. Au. Das ist ja... Wurde denn auch zensiert? Nein, Spaß. 3. August, 1839. Ich habe das mitgebracht. Ich bin wegen einer so'ner house-kacken Amen. Die letzte Folge von Covid-19. Der hat uns nicht gesehen, oder? Er ist weg. Auf! Er ist bestimmt gar nicht weg. Er tut nur so. Er ist bestimmt gar nicht weg. Nein, nicht sie. Okay. Ich würde gerade sagen, hier sieht es einigermaßen sicher aus. Oh Mann. Geht alles nicht, oh meine Meerschweinchen. Hey, du! Stop! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich will nur weg! Du kannst nicht rausgehen! Es ist zu gefährlich! Ich erzähle Gabriel! Ich glaub das sehr viel. Okay.